Mein Name ist Ines Weichert. Ich leite den Frauenchor an der Musikschule in Erfurt. Das mache ich jetzt seit sechs Jahren. Wir proben einmal in der Woche für zwei Stunden. Auftritte meistens im Frühjahr und dann zur Weihnachtszeit. Also es ist schon ein gewisser Aufwand nötig, aber ich mache es unheimlich gern, weil ich auch spüre, wie dankbar die Frauen sind, wenn sie zu solchen Leistungen gebracht werden. Also einmal ist es ein schöner Treffpunkt, um gemeinsame Hobbys zu pflegen, nämlich das Singen. Zweitens ist es auch eine Bereicherung, dass man sich auf einer ganz anderen Ebene nochmal herausfordern kann, was man im Beruf vielleicht nicht kann, auf musische Art und Weise sich auszudrücken. Dann ist es auch dieses gemeinschaftliche Erlebnis, wenn ich dann zu einem musischen Höhepunkt kommen kann. Ja, sicherlich, wenn man hier mit einem tierischen Ernst zwei Stunden probt, dann geht man dann auch so nach Hause. Und ich denke, wer fröhlich die Probe verlässt und noch auf dem Nachhauseweg weiter trillert, dann ist es genau richtig. Es soll auch ein Stückchen Entspannung sein. Lernen wir uns kennen. Bildungsstadt Erfurt.